Wir kategorieren den Ganzen, 9, 2, 4, 6, 8, 9, abend. Wir starten hier mit Stephanie Thiele, ersten Versuch in 30 Kino, bereithalten Alexander Bielberg. Ja, Gülkin, 30 Kilo für die Stephanie, und nicht vergessen, mich kann man gerade ansagen. Wir steigen hier durch 40 Kilo, ersten Versuch in die Alexandra. Gülkin, 30 Kilo für die Stephanie, 20 Kilo für die Stephanie, 20 Kilo für die Stephanie, 20 Kilo für die Stephanie, 21 Kilo für die Stephanie ... So, Mami, wir wohnst schon in Mama! Mh-hm! Mmh, mmh. Alex, du weisst, stoppen. Romanto machte. Ja, ich machte. Okay. Geht das Gewicht ansagen? Wir steigen durch 47,5 Kilo. Und dann bereithalten wie vor immer. Das ist der Fall. Ja, ja. Achtung. Achtung. Gut. Na, ja. Na, ja. Na, ja. Jetzt kommen wir zum Nachdenkrieg. Wir beginnen um 50 km im ersten Tatsuch. Wir können es bereich haben, bevor jetzt sagt, neue Futsch. Das war's für heute. Ja, gute 50 Kilogramm. Das Bild blieb für Korinthout. Raikowitsch, EFV als erster Besucher. 50 Kilogramm der Eintracht, der Sack Siegrin. Ja, gute 50 Kilogramm für Korinthout. Wir würden noch 50 Kilogramm für Sack Siegrin. Reikowitsch, EFV als erster Besucher. PLAIN Mmm ак Entschuldigung. Gut. Tö. Komm, der Hund, gell? Press. Zack. Die dritte Ziele sind dabei. Okay, wir gehen mit 5.8 Kilo für seinen Zündstieg und bereit kommen, den Fabian erstatten. Gut. Gut. Press. Jörg Räger. Jörg Räger. Ja, da haben wir die Folgen auch hier noch 7.5 Kilo. Wir sind auf 77,5 Kilo, der erste Besuch von Karina Stache. Wir können nicht die Folgen auch hier aufbauen. cuz wir hier noch 10.5 Kilo da haben. Wir müssen jetzt hier noch 10 Kilo ausbauen. Wir brauchen noch 10 Kilo ausbauen. Wir brauchen noch 10 Kilo ausbauen. Und wir brauchen noch 10 Kilo. Wir brauchen noch 10 Kilo. Wir brauchen noch 10 Kilo. Vom Gapi. Herzlichen Dank. 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 Herzlichen Dank.